Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Tina Schmidt und Coworkhouse aus einem Preprint-Server vor. Es geht um die Immunogenität und Reaktogenität einer heterologen Covid-19 Prime-Bus-Impfung verglichen mit einer homologen Impfregime. Eine heterologe Impfung, bei der jüngere Patienten zuerst den vektorbasierten Impfstoff Vaxcevia von AstraZeneca erhalten und die Auffrischung später mit einem Messenger an Impfstoff erfolgt, hat in einer labormedizinischen Studie auf einem Preprint-Server eine bessere Immunantwort erzielt als eine homologe Impfung mit Vaxcevia. Die stärkere Immunogenität ging allerdings mit einem Anstieg der systemischen Nebenwirkungen einher. In beiden Punkten war die heterologe Impfung mit einer zweimaligen Impfung mit einem Messenger-Impfstoff vergleichbar. Das Auftreten einer Vakzin-induzierten Proton-Botschen-Immun-Thrombocytopenie, VIP-IT, bei jüngeren Menschen hat die ständige Impfkommission im Mai veranlasst, den Impfstoff Vaxcevia nur noch für Personen ab 60 Jahren zu empfehlen. Für viele jüngere Patienten, Personen, die bereits eine erste Dosis von Vaxcevia erhalten hatten, bedeutet dies ein Wechsel auf einen Messenger an Impfstoff und damit eine heterologe Impfung, über dessen Schutzwirkung es derzeit keine Evidenz aus klinischen Studien gibt. Eine erste Abschätzung ermöglichen Labortests, die die Auswirkungen auf immunologische Parameter von B-Zellen und T-Zellen untersuchen. Ein Team der Berliner Charité hatte hierzu in den letzten Tagen bereits erste Ergebnisse vorgestellt. Sie zeigten, dass die heterologe Impfung die Antikörperproduktion der B-Zellen fördert und die Reaktion der T-Zellen auf ein Niveau verbessert, wie es bei einer zweimaligen Impfung mit einem Messenger-Impfstoff erreicht wird. Immunologen vom Universitätsklinikum des Saarlands in Hamburg kommen jetzt zu ähnlichen Ergebnissen. Es wurden zwei Wochen nach der zweiten Dosis die Immunität von 260 Klinikangehörigen untersucht. 97 Personen hatten eine heterologe Impfung erhalten. Die übrigen waren zweimal homolog mit Vaxcevia 55 oder einem Messenger-Impfstoff von BioNTech bzw. Moderna 64 geimpft worden. Bei 215 von 216 Personen wurden nach Abschluss der Impfung Spike-spezifische IgG-Antikörper nachgewiesen. Dabei erzielte die heterologe Impfung ähnliche Antikörperwerte wie die homologe Impfung mit einem Messenger-RNA-Impfstoff. Nach der zweimaligen Impfung mit Vaxcevia war die Antikörperproduktion deutlich geringer. Diese Unterschiede wurden auch für die neutralisierende Antikörperreaktivität beobachtet. Während die meisten Impflinge nach der heterologe Impfung eine hundertprozentige Inhibition erzielten, war der Anteil nach einer zweifachen Impfung mit Vaxcevia deutlich geringer. In der Zahl der Plasmablasten den Vorläufern der antikörperbildenden Plasmazellen gab es dagegen keine Unterschiede. Diese Zellen werden bereits nach der ersten Impfdosis in größerer Anzahl gebildet. Auch in der T-Zell-Antwort erzielte die heterologe Impfung teilweise bessere Ergebnisse. Die Reaktion der spezifischen CD8-T-Zellen, die vom Virus infizierte Zellen abtöten, war nach der heterologen Impfung sogar signifikant stärker als nach den beiden homologen Impfungen. Bei den CD4-Zellen, die die Antikörperbildung unterstützen, war die Reaktion gleich stark wie nach der homologen Impfung mit Messenger-RNA-Impfstoffen. Die homologe Impfung mit Vaxcevia erzielte dagegen eine abgeschwächte Impfwirkung. Bei beiden Zellarten hatte die Impfstoffkombination von AstraZeneca und BioNTech sowie die zweifache BioNTech-Impfung eindeutig die Nase vorn. Es sagte sich, dass die zweifache AstraZeneca-Impfung die Immunabwehr weniger mobilisiere als die beiden anderen Varianten. Das bedeute aber nicht, dass homologen mit Vaxcevia geimpfte Personen keinen ausreichenden Impfschutz erzielen. Die Zulassungsstudien hätten für diese Impfstrategie schließlich eine hohe Effektivität belegt. In einer vorsichtigen Interpretation zeigen die Ergebnisse, dass der durch die STIKO-Empfehlung bei jüngeren Menschen erforderliche Wechsel von Vaxcevia auf einen Messenger-Impfstoff zu keinen Einbußen bei der Immunreaktion führt. Es könnte sogar zu einer Verbesserung der Impfstoffwirkung kommen. Beweisen ließe sich das allerdings nur in einer klinischen Studie, die derzeit nicht in Sicht ist. Eine mögliche Folge der erhöhten Immunität könnte eine etwas schlechtere Verträglichkeit der zweiten Dosis sein. Die Lokalreaktionen am Arm fielen zwar gleich aus, die Schmerzen waren nach der zweiten Gabe von Vaxcevia sogar geringer. Bei den systemischen Nebenwirkungen kam es dagegen zu einem leichten Anstieg von Fieber, Schüttelfost, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Myalgie oder Atralgie. Die Teilnehmer berichteten auch über einen häufigen Gebrauch von Antipyretika, wenn sie von Vaxcevia auf einen Messenger-RN-Impfstoff gewechselt hatten. Die systemischen Nebenwirkungen waren jedoch nicht stärker ausgeprägt als in der Gruppe, die bei beiden Impfterminen einen Messenger-RN-Impfstoff erhalten hatten. Die Ergebnisse stimmen übrigens auch hier weitgehend mit der Studie der Berliner Charité überein. Die weiteren Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der Publikation von Tina Schmidt auf dem PriPIN-Server.